Musik Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mindfighter wieder zusammen mit dem guten alten Dreamteam Delay und Sgt.Max LP Hallo Es ist schon wieder alles so dunkel hier Ich seh euch mal wieder gerade gar nicht Ich mag Klaus grundsätzlich nicht, also wenn ich jemanden auf irgendwann treffe der Klaus heißt dann Wobei Klaus taucht das ergeblich Grüße übrigens Santa Claus So Ja gut Ja ihr wisst ja Varo Vorbereitung, wir sagen ja immer dass es hier Varo Spielmodus ist Jetzt geht Varo bald wieder, Geilo, Varo bald wieder los Dementsprechend Hä? Jetzt hast du das geingesammelt Alles gut Bist du was in der Kiste war? Na? Eis Geilo Will jemand ein Eis haben? Nimm es dir hier Ich seh Max übrigens die ganze Zeit nicht, diese 1.8 ist so verbuggt, gibts gar nicht Das ist schlecht, was mach ich denn eigentlich, Alter Ich seh nur Bergmann Seit ich gesagt, seit wir sagen, dass Varo bei wieder weiter geht spiele ich echt nur noch scheiße Ganz komisch Ja, muss ja auch sein Man schont seine Ressourcen, weißt du? Ja, stimmt natürlich Genau das ist der Grund Machst du, hast, machst, okay, gut Dario, mach's Mach ich, mach ich Ja, mach ich, mach ich Hast du den gut erkannt Ich kann ja mal kurz, äh, erwähnen, dass wir schon einmal eine Aufnahme probiert haben Und ich war in einer, äh, Mindfighter Runde noch nie so dermaßen gut equipped Vielleicht gehen wir alle nicht an derselbe Eisen, das wär ganz gut Noch nie so gut equipped wie, oder wir alle 3 waren noch nie so gut equipped wie in dieser Folge Und dann, äh, richtig schöne spannende Runde, richtig spannend Hast du die noch? Und dann sind am Ende alle gestorfen Also wir haben keinen einzigen gesehen, irgendwie, ich weiß nicht, ob sie gelieft sind oder sowas Ne, die sind alle gelieft, aber wir haben einfach gewonnen, ohne dass wir Gegner gesehen haben Stimmt, stimmt, stimmt Das war eine richtig fette Runde Ne, die haben sich irgendwie, ne, nein, nein, das war noch krasser Die haben sich gegenseitig getötet Und der letzte ist dann noch irgendwie verbrannt oder so Stimmt, ja, ja Und dadurch waren wir die Letzten und haben gewonnen, einfach so Weil wir so geil sind, ne, weil wir so geil sind Ja, ja, das sowieso Was war nicht in der Kiste drin immer ganz kurz, die haben wieder leer gelootet oder wie immer Ja, Eis 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 Vor allem, und eine Hoe Wo haben wir denn den, den, den ersten Ofen eigentlich Ja, hier, hier, also ich hab jetzt noch einen da oben hingelegt Mehr heißen haben wir hier nicht Echt gerne sehen, ne, ist ein bisschen doof jetzt Der ist echt wenig hier, ne Aber guck mal, hier oben, oben Okay Wobei, so viel auch nicht Ah, das ist natürlich ein Problem Ist das schon Badrock? Ja, ne Ja, ich hab mich schon durchgegraben So ein Badrock Wow, da war, da war Badrock ist keine Bad Nee, da war Licht oben Also Tageslicht Okay Ich sehe Licht Stimmt, kann man sich eigentlich hochbuddeln oder ist dann oben auch Badrock? Das wäre ja immer verrückt, ne Nein, hab ich gerade probiert, das ist auch Badrock Okay, ja, das wäre auch ein bisschen Bisschen Wir Kumpels sind hier gefangen Bisschen Wieso sagt man eigentlich Kumpels? Guck mal, wie das, wie das Grapple hier durch die, durch die Spinnenweben fliegt Das sieht sich richtig krass aus Das sieht sich geil, ne Oh, warte mal, ich hab ein Dungeon, ich hab direkt ein Dungeon hier Ja Kommt mal her Oh, das ist ein Gegner Nächstes, oh, hier unten sind's riesige Skelett und sowas Ja, okay, mit dem wollen wir eigentlich nicht so Ja, warte, komm rüber, komm rüber Bei der Macht von Greysky Genau das, Max Max, bist du hier? Ich seh dich ja nicht Du musst aber wissen, du bist für mich, äh, wie Kaspar Kaspar Ganz kurz, wovon reden wir eigentlich? Schöne Verfilmung mit der wunderschönen Christine Jetzt ich, ich seh mal schon endlich Max, ich will dich sehen Hier ist Wasser Ich seh dich endlich Ey, wir sind schon bei den Gegnern, glaub ich, hier Ne, das ist das Große, das ist das Große Ja, dann macht jetzt mal schnell hier, äh, aus dem Eisen Zeug, ne Alter, Max snackt sich das ganz heißen Ja, ich mach uns Eisen später, warte mal Ey, ich komm hier nicht raus Ja, 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 ja Das sind hier schon eure Gegner Nee, komm mal hinterher hier Ja, ich häng in die Spinnenweben zum 80. Mal fest Kann ich mal jemand weg machen? Das sind Zombies Ey, bring mal, bring mal, bring mal Alles mit, was ihr habt Alles und dann einfach straight durchgehen Ja, warte, warte, warte Ich muss hier alles holen, Moment, Moment Ach, hier ist Wasser, das fließt hier rein Ja, da musst du, musst du irgendwie hinkriegen Ja, komm erstmal ein Zombie, das wird jetzt ein heftiger Fight Aber wenigstens hab ich da mal ein Fight gehabt Das ist schon mal ganz gut Ja Jetzt kann die Runde, ist egal, was jetzt passiert Die Runde war spannend genug Mit dem Zombie Okay, wir können aufhören jetzt, ne, ist gut, oder? Ach komm, das ist ja auch echt langsam Du kommst grad Delay, ne Ja, du musst mich mal vorwarnen, dass man hier erstickt, wenn man reinkommt Ja Ja, wo, wo, wie, ach, wie kommen wir denn durch mit dem Wasser? Wie beschissen Ja, ja Ja, hast du alles, hast du alles abgebaut? Werkbau und sowas? Ja, ich bin nicht am Raging Ey, Max, du bist, du bist da Wie viel Eisen hier auch ist, ne Ich bin so OP, ne Ich bin so OP Aber so fix waren wir noch nie hier, das ist echt, läuft ganz gut Macht mal unten Schmall Über uns ist ein Name, ne, über uns ist ein Name Ernsthaft? Wie hoch sind die? Guck doch mal, ein gelber Name Ja, ja, alles klar Der ist ziemlich weit weg, aber wie Ja, ja, okay, okay, dann passt das doch Aber ganz kurz, wie muss ich denn hier schwimmen, das verstehe ich grad nicht Einfach hoch Du schwimmst dann hoch Nee, es geht nicht Doch, Alter, bist du Natürlich geht das Es geht nicht, das seh ich doch, Mann Hä, wir sind doch da alle durchgekommen Durch das Wasser, durch da Oh Gott, Alter, ich bin fast gesoffen hier, okay, warte Das seh ich, das ist hier nicht Hier ist das Schwärm, hier, hier, hier gleich Da Okay, danke Finde ich echt Ja, ich bin hier hinten in der Ecke Ich nehm das Gemecker eben von eben zurück Ich werd hier angesaugt, wie bei Final Destination 3 Ich hab hier das Wasser gewissen Nein Ich wurde doch hier grad angesaugt Hast du es? Ja, ich hab's Alter, der Gelb kommt glaub ich zu uns von oben Hä Okay Dann bauen wir die Öfen auf, bauen wir die Öfen auf, Max Ja, eben Geh weg da, geh weg da 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 Alter, da sind noch mehr Namen, die sind hier richtig über uns Okay Pass mal auf, Alter Ja, Grün, Alter Grün ist richtig nah, schnell Ja, ja, ja Nee Wo denn? Der, 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 der Kompass ist da, Leute, gucke Da, in die Richtung wo ich gucke Ah, jetzt hab ich den Kompass auf, okay Die Richtung wo ich gucke Da, siehst du den, Dave Der kommt, der ist doch gleich jeden Sekunde hier drin Ja, 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 ja Da, da sind sie Ja Rauf da, rauf da Der hat Diersachen Der hat Diersachen, alles klar Läuft bei ihm Ich hab ihn gehitet, ich hab ihn gehitet Der hat nen Speedhack Von unten, von oben, von oben Einfach rauf da, einfach rauf da Einfach rauf da, einfach rauf da Sauber, 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 Sauber Da hinten ist der andere, aber der hat nichts Der hat nix, ich geh da hin Ich muss schnell seine Sachen anziehen, oder? Ja, oder? Soll ich die Mühe wegwerfen Der andere hat nix Der baut sich rüber, der baut sich rüber Ja, warte mal Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Nee, du hast ihn Ja, ja, ja Okay, wieder zurück in die Ecke, wieder zurück in die Ecke Nee, nee, Quatsch Grün ist komplett tot, ne? Grün ist komplett tot Ja, ja, ja Wir müssen jetzt schnell noch Eisen hier fertig machen Ja, ja, ja Bin dabei, bin dabei Das brennt schon da drüben It is burning Oh, wer bist du? Alter, hab ich grad schrocken Ja, ja Ich bin jetzt hier der Boss Ich schicke die Errüstung, Degi Ich hab noch ein Dier dabei Ich hab ne Eisenspitze Was hatten die alles? Ja, ja Leute, mach mal noch ein bisschen Kohle in die Öfen Ja, ja Ja, ja, ich leg mal nach Was ich noch dabei hab Und immer schön einer auch ein bisschen gucken, ne? So, aber es war ja schon mal ganz gut gemacht gerade Habt ihr ganz gut gemacht Ich sag mal Ich sag mal Ich hätte besser laufen können Wir sind noch ausbaufähig Hätte besser laufen können, eigentlich Ja Oh Gott, Leute War hier keine Kiste? Sind die nicht normalerweise Kisten? Oh, warte, warte Der Kompass dreht irgendwie ein bisschen durch wieder, kann das sein? Ich komm mal lieber zu euch Gut Wir hätten den zweiten Öfen Also wenn, dann komm ich von oben, ne? Dann müssen wir ja Was denn? Sorry, ihr habt nicht zugehört So, hier, Werkwagen Ich mach mal für euch Eisenwurst Der Kompass dreht sich wieder so Oben, oben, über uns ist gelb, über uns ist gelb Wie nah, oder? Ja, die nah haben ganz oben Ne, nah, oder? Komm, Beckmann, ich hab ein Eisen Ich hab Eisenwurst für dich Kommt, ich hab die Rüstung Okay, gib her Wobei, die kommen jetzt immer näher Geilo, danke Bitte Ich hab auch noch Schuhe für einen von euch Ich hab schon die erzeugt Ich brauch unbedingt irgendwas Ich brauch unbedingt Rüstung Ich hab sie wieder aufgenommen Nochmal, da Hier ist noch ganz viel Eisen drin jetzt, so Ja, ja Okay Waren sie jetzt über uns oder unter uns? Also ein Deer hab ich noch, ne? Wie ihr wisst Ja Also gelb hab ich noch über uns gesehen Die sind, also die sind auf jeden Fall Ich weiß nicht, die sneaken glaub ich gar nicht mehr Warte mal, wieso Die sneaken gar nicht, siehst du die? Guck mal nach oben Ich, ist es leider super Seht, ich muss das mal kurz ausmachen Ja, die sind hier rechts bei der Fackel hier Wenn man bei der Fackel Ja, wobei ist auch egal, soweit sind sie Die sind noch ein bisschen weiter weg, alles gut Okay, dann fahr mich jetzt mal mit Eisen weiter, genau Peggy, was brauchst du denn noch an Rüstung? Äh, einen Helm und eine Hose Eine Hose brauche ich auch noch 16 Eisen hab ich jetzt noch drin Okay Hier sind auch richtig viel Eisen Oh Leute, hier sind auch noch Achtung, 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 hier Ding ist das auch hier Wer ist hier? Oh, die kommen hier rechts oben Also Richtung Ofen da in der Ecke oben Okay Seh nichts Sind die nah? Ja, drei Leute sind das Und über uns ist gelb Das heißt, wir sind richtig eingekerkert hier Sind die nah? Nee, die sind nicht nah, aber die trotzdem Ach, Leute Sind die nah? Und auch so fern Ne, 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 ne Okay Erstmal im Storeshop gehen Aber es sind auf jeden Fall alle über uns, hab ich richtig verstanden Ja, es sind auf jeden Fall alle über uns Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Außer meine Katze, die ist auch damit Ja, okay Deine Katze dreht ausnahmsweise mal durch Geilo, ich feiere Heute ist sie mal nicht normal, wie sonst immer Ja, ich bin hier direkt neben euch Ja, dann gib mir deine Dingshose da Ja, hier Au, sag mal Geilo Say mal Wie läuft doch bei uns? Na, ist gut, ich mach dir noch einen Hut hier, Berggy Guck mal an hier Weißt du, was ich noch eben mache? Das ist doch ein Hammer, oder? Was? Nee, das waren nur Spinnenweben Alter, aua, aua Oh Mann Was ist denn los bei dir? Wann die Katze? Okay Diese Katze, Alter, die sabotiert jedes Mal deine Aufnahme Ja, das ist also Bist du jetzt direkt da? Meine Kompass dreht hier richtig Fame Fame Katze, Alter Hier ist richtig viel Eisen drin, was geht da ab, Alter? Ja, ja Der Kompass dreht echt ein bisschen durch, ne Ich mach mir doch kurz den Hose und dann lass uns mal irgendwie Oh, die kommen jetzt auf jeden Fall Ja, da oben Hier, Ace Blast Ace Blast und Andrew Ach da, ist noch gar nicht mehr so weit weg, aber Nö Vergesst wieder nicht gelb, wie bei uns sind, Leute, ne? Ja, ja, das ist glaube ich gelb Okay Aua Haben wir noch Eisen? Ist gut jetzt, hör auf Ja, wir haben richtig viel Eisen Das muss halt nur jetzt kurz ein bisschen burn Max, kannst du die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, wenn du Wesen mit deiner Katze ein bisschen gruselig sprichst Als wäre es für Satan, der da grad hinter dir steht Oh! Genau Au! Oh, sag mal, was machst du denn da? Sie macht das voll entspannt Sie macht das voll entspannt Bestimmt ist Katze so ein Codewort für Hardcore Domina oder sowas Ganz ausgepeitscht Au! Ohne Stelle, sie macht das viel entspannt Ganz ganz langsam mit ihrer, nur mit einer Kralle so ganz weit ausgefallen immer so Möp Ihr habt übrigens einen Bogen, also wenn ihr Pfeiler Geht es mir So, jetzt kriegst du jetzt mal Soll ich mich den Gegner mal entgegen bauen, oder wie läuft das jetzt? Darüber Nein, wir müssen jetzt mal auch noch equipen Hier, hier, dein Hut Also ich bin, ich bin equipt Hütlein, danke fürs Hütlein Ja, ich noch nicht Die kommen jetzt, okay, okay Sind die immer noch da oben? Oh! Oh! Ich bin weg hier! Nein, bleib hier, ist noch kein Ja, ja Ich glaube, wenn was explodiert, ist dann noch nichts Ja, aber das kam ja aus der Seite Und das hat mich irgendwie Oh, oh, jetzt passiert hier was Ich hör was Baut jemand von euch ab? Nein Nee Okay Ja, da sind sie, da sind sie, da sind sie Oh, das ist Bergie, Bergie Ist das alles gut Alter Okay, Max hat immer da hier voll hart equipt mit seiner Diabrust und der Diabrust Ja, aber das war schwer Pass mal auf, wir müssen noch hier ein bisschen kraften Ja, komm, weißt du, du machst das alles, ne? Ist okay Ist okay, komm, du machst das Noch noch mehr Eisen Jetzt ist es doch richtig Noch mehr Eisen, was brauchst du denn noch? Da ist doch richtig viel drinne Alter, ich habe ziemlich viele Flöger jetzt Oh, da ist ein Creeper Da kommt ein Creeper aus der Ecke Max Oh Gott, der Creeper Ja The Creeper Ja, wie du einfach komplett raufraust, ey Als Geld ist kein Morgen Wo ist er, wo ist er? Ja, ist da hinten noch eine Ecke Oh Die sind hier, glaube ich, direkt Ich weiß es nicht, die sind ziemlich nah, meine ich Okay So nah und doch so fern So, ich mach jetzt hier meine restliche Rüstung, pass mal kurz auf mich auf Soll ich dir noch Eisen geben jetzt oder nicht? Ne, ne, ich hab jetzt schon Ne, sie haben braucht nichts mehr Jetzt zu spät, Max Jetzt erinnere mich immer an Baro, wenn du da so stehst Ich zieh eben aus, um zu verzaubern Aber das wär so geil jetzt, ne? Aber alles ist normal Hast du noch Kohle? Hast du noch Kohle? Scheiß auf, ich nehm die in den Ofen, scheiß auf, wir brauchen eh kein Eisen mehr, alles gut So, ich hab noch einen reingetan, eine Kohle Ich hab auch 6 TNT hier, ne, übrigens Ich hab noch ein bisschen, oh Leute, Vorsicht Lass uns hier mal jetzt entgegen gehen, hier, gelb baut sich langsam zu Dingens rüber, zu blau oder was das ist Die Frage ist doch, die waren doch eben Ne, die sind jetzt woanders hin, gelb baut sich jetzt blau entgegen Also woher weißt du, woher hast du diese Information? Die rechts ist doch blau, das sind drei blau und links ist der eine gelbe Seht ihr die da die Namen? Ja, ich seh die Guck mal, die sind doch jetzt voll am machen, die sind, die fighten da jetzt gerade Die fighten da jetzt gerade Die fighten gerade Komm, Bergie Wir tun es Ich möchte euch glauben Dann glaub uns Ach die fighten echt? Ja die fighten da oben Ja dann ist ja alles easy, okay Ja ich hab hier ne Eisenspitakel, ich kann mich schneller vorbereiten Wir haben auch ne Eisenspitakel Aber ich sneak, deswegen geht das nicht so schnell Achtung wir sind relativ nah Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen Ich hab TNT, wir können die damit Ja, warte, warte, warte Ich glaub die hauen die gelben jetzt, wobei die sind noch zu zweit die gelben Oh Alter wie nah das ist Ey ich spreng die komplett in die Luft, dann sterben alle Oh Alter, ja, ja, ja Mach das TNT, mach da ganz viel TNT hin Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht, weiter noch, weiter noch Hast du überhaupt ein Feuerzeug? Ne, das musst du doch haben Ne, das wusste ich nicht Ok, sneak, 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 sneak Oh ist nur noch einer da, nur noch ein Gelber, dann haben wir gewonnen Ja komm Alter Hit the dog on it Überraschungsangrif Der duckt sich aber irgendwo Hier liegen die Sachen Weg, 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 weg Das war's Sehr nice Ok Haben wir gemacht Den ersten Angriff haben wir richtig gut abgewehrt Der war eh richtig gut